WUWU SELAS oder Uwe Seeler. Das eine laut, nervtötend, allgegenwärtig. Das andere die klassische afrikanische Trompete. Was nervt die Münzner im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft mehr? Uwe Seeler. Mich stört weder WUWU SELAS noch Uwe Seeler. Ich werde keine WM gucken. WM steht vor der Tür. Was stört mehr, WUWU SELAS oder Uwe Seeler? Stört mich eigentlich gar nichts von den Sachen. WM ist WM und da ist ein Lärm, gehört dazu. Was stört Sie bei der WM mehr? Uwe Seeler oder WUWU SELAS? Hals und Beinbruch. Das ist mir echt egal. WUWU SELAS.